ja ja leute willkommen zu einer weiteren folge zu haben wir gehen mit dabei ist diesmal der japan p hallo hier auf der leute geht schon los, what the fuck shit und ja es funktioniert jetzt ich weiß ja lieber von der Stadt vorhin mit Minecraft jetzt nicht ab aber aber sehr gut wenn ich die Kiste das ist für die Zeit ist ich schon kann sagen ich habe die Kiste zwei Steinschwerden ich habe ich habe auch ein Schwer mich an Fisch ich habe fast die ist ziemlich viel Lava das ist ein Schwerpunkt für mich wo jetzt ist es aber dieser Typ hat ein Schwerd nein er fickt die Lava du fickt du wickst du wickst Gesicht was wo ist denn nein 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 boh bullshit ey ich bin ich bin sein hinterher springen natürlich muss ich verfolgt werden sonst dort in der YouTube-Fame abhaben muss ich dann in die Lava kicken ich will einfach sagen dann machen wir jetzt einen kleinen Cut und ziehen uns dann in der nächsten Folge gehen wieder wir haben die Ausländer Pottet ja und damit willkommen in der nächsten nur und er ist in ihr natürlich wieder meine Lieblingsmatch ohne mich wenn ich jetzt in der in der Ecke 2 1 die so richtig gepostet steht eiskalt das ist es ist es schon kann Menschen das ist das so wird es ein bisschen scheiße was auch nicht bei mir ich hab das war mag ich nicht Neweil muss erst mal drauf aber wird ja mit dem Freund spielen oder für nicht die Vorhaben gesagt wird kein Bock mehr auf den Server nach was wird machen ich danke ich jetzt ein ich gehe zählen der Waren einfach so und damit ich es überbrücken kann sich gleich mal eine Runde zusammenspielen können und das man kommt abstürzt er soll dass er wieder sein vorliegende Waffe wo Gott wir können es natürlich liefern bei mir ein Kurs noch zehn Sekunden aber es ist wahrscheinlich nicht mehr deshalb nicht was ich will nicht aufs Inventar Junge wenn es sich wieder geschieht ist vorbei okay 9 nahe immer schon wieder nicht teleportiert doch aber ich hasse diese Welt weil dafür so wenig gleich abweichlich dass du nicht auskennen das ist so wie sieben die aus das ist diese bei diesen Zügen und dieser kleinen Stadt ist sie mit dieser Wüste in der Wüste in der Fakt wie er sich nicht in den Steinschwert ein Zeichen er startet ich habe ich habe gewusst nein ist machen wir sind wieder noch ich habe nun holz und wir sind irgendwo ich habe mich so gefreut weil ich hatte in der Eisenhof Eisen ist Eisenschutz also ein großer Prozent bis gestorben ich hatte und ich habe die Goldhüse bekommen aufschlagen hier sind irgendwo hier ist eine Kiste ich spüre das ich hab das Gefühl ich spür das bei meinen Eiern Helga geile wie viel Leben in seiner wenn ich weg da oben am meisten ich bin ein kleines Schuss bis hier eine Lüge an die Truhe mit einem Ort da oben in jetzt habe ich Eisenbeinschutz und Eisenhelden dort im Bestes ausgerüstet keiner wird nicht töten Ruhe alles klar die Hälfte die Sender denn das ist nicht ein Geheimgang ich bin irgendwo ich bin und ich werde mich aus dem Map rausgepackt ab ich hab's wieder gefunden aber ich will hier nicht hin das heißt gut bei der Nähe und die Trühe und ich habe das ist ein Faktor Klinik war nicht an die Frühen kommen Schneewelle Kuhl die sind auch eine neue Trank der Heilung das ist nicht wie viel Schatz wenn wir gleich bei uns im Server einbauen her das war abgucken Prozent Prozent habe ich selber einen Baus die Statt haben wir von haben die Erfung der Städte zu keiner wird es bei diesen lieben die um die heißen die aber die Zeugen bringen die alle umweisen ich wollte schon immer was sagen das denn ich bin der Finder von Minecraft und gar hoch ich bin ein diesen Fällen in als ich kann euch sagen wenn ihr eine lange Aufnahme sehen wollen muss ich ihm auf der Map für da halte ich immer längst los da die Jahrhundert hierher bei mir ja ich bin auf einem zu zweit haben ja auch mit dem Fall nicht gelernt auf dem Weg nicht gelert was war ich auf den Scheiß ich habe ein bisschen trubert ist nicht gelert und ich habe die Aufnahme nicht gelernt Prozent drinnen also Leute falls man die um aufnahme leeren wollt jeder 8 Prozent er hat sich nicht wenn ihr die Runde beim Javax hier heute geht bei ihm auf dem Kanal und hätte die Runde Nix da nicht gibt die Raumrunde Prozent Hälter wie viel Leben denn da noch bitte Paul Jürgen wo bin ich denn hier das junge Trude es ist ja ein Konzept für die Schuhe nur hier geht's hoch ich hab Angst ich hab schon so lange nicht mehr auf der Map gespielt auch schon in der Katastrophe gehen und heilungserung allerdings war ich bloß ja ich bin froh ich gehe und ich habe das Schuhe und gar nicht nur ein Buspanzer 3 4 Leuchttemberg mit mir alle älter es tut alle zurück haben der Eiskalt von ihm wurde meine Erfahrungsflächen in den Rhein die Hälfte im Norden er hat so wie gesagt sie will sehen uns in der nächsten Arena bis dahin ich mache ich gleich ja damit kommt eine neue Runde mit der Weisheit aber er geht sich in zwei games und es geht los los geht es scheiß ich habe es doch verpasst ich habe ich bin gar keine Trug bekommen ja 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 das ist gut ich habe meistert mehr an den Kündigungen aber ich glaube ich bin ich glaube ich war hier Prozent einander nicht lang das ist das können andere Spiele gelockt habe ich jeweils gewinnen um ihr wisst ich bin der absolute King hier in Server Games Prozent haben nicht schwer hat da hinten ist einer Da hinten ist einer. Den kill ich jetzt. Super 1, Luca. Eisen! Hast du nicht einen Stick? Ja doch. Hast du einen Stick und einen Eisen? Nein. Loll, bei mir ist da einer in der Wand. Jawohl, ich hab ihn getötet. Ich hab ihn getötet. Okay, Schuhe. Helm. Sonst nix, alles klar. Hab ich Pfeile? Nein! Okay, ich hab Pfeile. Scheiße. Fuck, ich hab einen Pfeil abgeschossen. Hier ist keiner, hier ist keiner, hier ist keiner. Wo bist du, wo bist du? Ich hab den anderen Eisen. Da ist einer! Töten! Töten! Leute. Warte bitte. Nicht da rein. Sorry für den Schrei. Nein, bitte töte mich nicht. Nein! Boah, ein Herz! Oh! Lutsch mich ja! Wie hast du überlebt? Boah. Wie hast du das überlebt? Ich hab keine Ahnung. Alter! Und ich hab's für Fein jetzt. Nochmal Trank der Heilung, schnell. Hab ich nicht. Scheiße, okay. Äh, sorry, und ich hab' ich, äh, ja. Hab' Sachen vielleicht. Ja, wenn du willst, willst du? Schreibt mir die ja nicht in die Aufnahme. Meine Fresse. Weißt du, immer alle wollen, was wir nicht in die Aufnahme sind. Und ich hab' es dick. Boah, läch' mir die Eier. Wo bist du? Keine Ahnung. Okay, zieht sich noch ein. Ich sehe ein. Ich zieh' auch ein. Ich zie' zwei. Okay, direkt ist ne Gruppe. Lo! Ich wurde zurückteleportiert. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Ich auch, ich auch, ich auch, ich auch. Oh, der mich gar keine... Der mich nicht einmal gehittet. Ich bin am Spawn, ich bin am Spawn. Okay, ich komm zum Spawn. Bist du das? Bist du das? Nein, das bist du nicht. Nein. Ich renne weg. Ich renne weg. Nein, da bist du. Renn weg. Renn weg. Come. Nein. Ich hab' so'n Gen in mir. Ich kann nämlich verlieren in Minecraft. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Bullshit. Oh, lol. Nein, wir kriegen keine Filizienaufnahme hin. Oh, Mann. Also, ich würde sagen, das war hier mal die erste Folge Hunger Games mit dem... Sabine, ich hab' vergessen. Scheiße. Was ist? Vorn... Den Vornamen. Äh, 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 Manuel. Äh, das sind die weitere Folgen... Folgen? Ja, echt? Ach, lol. Was? Ach, lol. Was denn? Warte, wieso? Warte, 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 warte. Ich hab' gar nicht gemerkt. Mit der Aufnahme, warte. Fick dich. Auf jeden Fall war's das und... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.